Ich zeige Ihnen jetzt kurz in diesem Video, wie Sie schnell an qualifizierte Mitarbeiter aus Ihrer Region kommen, egal ob Ihr Betrieb in der Stadt oder auf dem Land ist und vor allen Dingen an Mitarbeiter, die zu normalen Löhnen bei Ihnen arbeiten und nicht horrende Gehaltsforderungen haben. Wir setzen da auf unser Angebot die Bauprofi-Methode, mit der wir unfassbar schnell an qualifizierte Baufachkräfte aus Ihrer Region kommen. Wir haben Baufachkräftemangel und Sie kennen es, wenn Sie auf der Suche nach Bauleitern polieren oder gewerblichen Personal, Monteuren oder Büropersonal sind, finden Sie einfach keine. Und Sie haben bestimmt schon viel probiert, wie zum Beispiel Zeitungsannonsen oder Online-Stellenbörsen oder vielleicht sogar einen teuren Headhunter mal beauftragt und nichts davon hat wirklich funktioniert. Warum ist das so? Was ist der Grund dafür? Der Grund ist ganz einfach. Diese Methoden fokussieren sich nur auf einen ganz kleinen Teil des Arbeitsmarktes, nämlich die aktiv suchenden Bewerber. Und das sind nur 6%. Die können sich die Jobs aussuchen, die wechseln nur für teures Geld und wenn sie nicht gerade Hochtief, Vinci oder Strabag heißen, haben sie kaum eine Chance, die als Mitarbeiter zu gewinnen. Und ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte nämlich mal ein Ingenieurbüro, fand selber keine Mitarbeiter und habe mit diesen Methoden keinen Erfolg gehabt und habe deshalb so lange geforscht und gesucht, bis ich eine Lösung gefunden habe, die mir geholfen hat, an gute Mitarbeiter zu kommen und die inzwischen meinen Kunden hilft, super Ergebnisse zu erzielen. Wir nennen diese Methode die Bauprofi-Methode. Und da fokussieren wir uns halt nicht auf diesen kleinen Teil, die 6%, sondern wir nehmen uns den größeren Teil des Kuchens vor, die 94%, die nicht aktiv auf Jobsuche sind. Und die sprechen wir halt so an, dass die neugierig werden, dass die sich für sie interessieren und qualifizieren die, so dass die sich bei ihnen bewerben. Wo kriegen wir die? Die kriegen wir da, wo heutzutage wir alle unterwegs sind, nämlich auf unseren Smartphones. Jeder hat so ein Smartphone und ist 85 Mal am Tag fast erst an und im Schnitt drei Stunden am Tag ist er damit beschäftigt. Und wir wissen halt genau, auf welchen Portalen, auf welchen Webseiten die Fachkräfte heutzutage unterwegs sind und können das zielgenau ausspielen, ihr Jobangebot und zwar auf eine Art und Weise, dass die Leute sich dafür interessieren und sich freiwillig bewerben. Und mit dieser Methode haben wir es geschafft, zum Beispiel für unseren Kunden Dreher und Dreher aus Wittlingen, eine Randregion an der Schweizer Grenze, qualifizierte Baggerfahrer, Bauleiter und Poliere zu gewinnen und das innerhalb von nur vier Wochen. Und ein ähnlich gutes Ergebnis haben wir erzielt bei unserem Kunden, dem Planungsbüro Haam, dort auch in der Randregion in Lübeck an der Nordsee, haben wir einen Bauleiter gefunden innerhalb von zwei Wochen für die Verkehrsplanung und Verkehrswegebau, wo die vorher zwei Jahre lang vergeblich nachgesucht haben. Und bei vielen anderen Kunden haben wir ebenfalls ähnliche fantastische Ergebnisse erzielen können. Und was mich interessiert ist, können wir auch bei Ihnen solche Ergebnisse erzielen? Dazu würde ich mich gerne mit Ihnen austauschen in einem kostenlosen Erstgespräch. Am besten rufen Sie mich dazu an. Sie finden meine Nummer unter diesem Video. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns zurück. Untertitelung des ZDF, 2020